Hallo zusammen, Herbert Pixner ist ein Südtiroler Ausnahmemusiker, ein Multi-Instrumentalist. Er spielt nicht nur unglaublich gut Harmonika, er spielt Flügelhorn, Klarinette, er ist Musikproduzent, Komponist, ein ganz großes Vorbild für mich in Sachen Musik und von ihm gefällt mir der Vierteljahrhundert Dreiviertler sehr gut. Ich habe mir einmal die Noten besorgt, nun spielt er dieses Stück auf einer steirischen Harmonika. Eigentlich kann man diese Stücke auf einem normalen Piano-Akkordeon gar nicht spielen, ich versuche es aber trotzdem mal. Und die Fans von Herbert Pixner dürfen jetzt nicht böse sein, also erstens mal nehme ich ein Akkordeon, dazu auch noch ein Akkordeon mit Limex-Sounds. Das ist schon fast ein musikalischer Frevel, aber ich möchte einmal sehr gerne versuchen, den Vierteljahrhundert Dreiviertler zu spielen. Ich hoffe, es gelingt. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.